Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu C-Sharp. So, heute geht es mal wieder richtig los und zwar machen wir heute Typecasts. Typecasts sind eigentlich relativ simple Dinge, zum Beispiel wenn ich jetzt hier eine Variable habe, die zum Beispiel ein Double ist. Also sagen wir hier Double ABC gleich 0,56, okay? Genau. So, und jetzt können wir diesen Double casten. Das bedeutet, wir geben diesem Double einen anderen Typ. Dazu brauchen wir zunächst einmal auch ein Console.WriteLine, wo wir ABC erstmal ausgeben wollen, dann ein Console.ReadKey, damit wir auch sehen, was passiert. So, und jetzt sagen wir hier drin, okay, wir wollen ABC casten in einen Integer. Was das bedeutet ist, ein Integer ist eine Ganzzahl, ein Double ist eine Gleitkommazahl, äh, Zahl. Und ein Double hat hier nach dem Komma noch irgendwelche Werte. Das heißt, wenn wir hier diesen Double ausgeben, steht hier 0,56. Wenn wir jetzt aber den Integer ausgeben, dann schreiben wir einfach zum Casten dieses Klammer auf, dann der Typ, in dem wir casten wollen, Klammer zu, das wäre in dem Fall Int, und dann die Variable, die wir casten wollen. Also die Syntax ist echt einfach. Wir können jetzt hier auch schreiben, Int, ABC, Int gleich, und dann den Int von ABC. So, und jetzt brauchen wir das hier eigentlich nicht mehr, dann können wir einfach schreiben, ABC, Int, so. Und wenn wir das jetzt starten, dann schauen wir uns das mal an, was passiert ist. Okay, hier oben haben wir den Double, da steht 0,56, und hier unten haben wir einfach eine 0 stehen. Was ist jetzt da passiert? Naja, ein Integer, wie ich gesagt habe, ist eine Ganzzahl, die kann kein Komma. Ein Double kann ein Komma. Das bedeutet einfach so viel, wir haben bei unserem Double hier hinten die Kommastellen abgeschnitten. Wenn ich jetzt hier einfach 5 mache, ups, ja, logischerweise keine Änderung, während das ganze Ding läuft. Wenn ich jetzt 5,56 mache und das Ganze wieder starte, dann steht hier 5. Das bedeutet, das Casten von einem Double zu einem Integer ist quasi sowas wie das Abschneiden der hinteren Stellen. Und wir verlieren Genauigkeit. Das heißt, vorsichtig, was ihr macht, wenn ihr castet. Casten verändert den Typ und dabei kann es zu Informationsverlust kommen, wie zum Beispiel hier die Nachkommastellen. Die haben wir einfach verloren. Ja, was man auch machen kann, ist folgendes. Wir haben mehrere Klassen, ups, da brauche ich noch ein bisschen weiter außen. Wir haben eine Klasse A und diese Klasse A enthält zum Beispiel ein Int A. Okay, der ist standardmäßig 5. So, und die Klasse B, die erbt von A. Und die hat jetzt ein Int B gleich 10, äh 19, 10. Okay, wir erstellen uns jetzt hier drin einfach mal ein A gleich New A. Mehr brauchen wir nicht. Und jetzt machen wir folgendes. Wir casten, ups, ich habe den Namen vergessen. A, B, C. Wir casten jetzt dieses A in ein B und schauen einfach mal, was passiert. Und wenn nein, warum nein? Gut, dazu brauchen wir hier oben noch vielleicht eine Methode, die uns das Ganze ausgibt. Dann brauchen wir auch das Console-Write-Line-Gedöns hier nicht. Das macht es vielleicht ein bisschen übersichtlicher. A, B, C, Punkt, Print. So, und da sagen wir jetzt einfach dann, okay, wir haben eine Print-Methode. Und die Print-Methode, die macht folgendes, die sagt einfach Console.Write-Line und wir geben hier A aus. Also einfach nur A ausgegeben, fertig. So, B hat auch so eine Print-Methode, allerdings kann die mehr. Die sagt nicht nur Console.Write-Line-A, sondern Console.Write-Line-B. Ich möchte allerdings hier Print nicht überschreiben, sonst müsste ich Overwrite machen. Achtung. Ich möchte diesmal wirklich zeigen, was passiert, wenn ich zwei unterschiedliche Methoden habe. Okay. ABC.Print. So, was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir casten A in ein B. Das heißt, wir schreiben hier B und dann ABC, den Namen, logischerweise wie immer. So, und dann hier hinten können wir auf alle Methoden von B drauf zugreifen, weil wir wissen ja jetzt, dass das hier ein B-Objekt ist. Und sagen hier Print 2. Okay. Und sagen hier hinten dann Console.Write-Key. Was jetzt passiert ist, wir kriegen einen Fehler, weil wir dürfen nicht casten. Denn folgendes, wir haben ein A-Objekt in der Hand und das hat hier ein Integer A. Und die Methode Print. So, und das ist schon mal fest. Wir haben das ja so erstellt. Und jetzt versuchen wir daraus zwanghaft irgendwie ein B zu machen. Naja, aber ein B hat ja auch noch ein Integer B zur Verfügung und eine Methode Print 2, auf die wir zugreifen wollen sogar. Und das funktioniert nicht. Die fehlen uns ja einfach. Das heißt, solche Downcasts, die können richtig in die Hose gehen. Und ja, uns fehlt da einfach was, was wir nicht machen können. Das heißt, es ist illegal. Und dann bekommt ihr diese Laufzeit-Fehlermeldung, die echt nicht so toll ist. Wenn wir das Ganze jetzt andersrum machen, indem wir einfach sagen, B, A, B, C. Wir erstellen uns ein neues B und casten das dann in ein A. Dann geben wir hier einfach mal die Print2-Methode aus. Und diese Print-Methode... Naja, gut, wir haben ja gerade gesehen, was passiert ist. Die Print-Methode könnte ich auch aufrufen, wenn ich nur ein B-Objekt habe. Aber wir haben ja gesehen, was passiert ist, wenn man es überhaupt nur gecastet hat. Es gab einen Fehler. Wenn ich das jetzt so rum mache, dann funktioniert das durchaus. Das heißt, ich gebe zuerst 5 und 10 aus und dann gebe ich nochmal 5 aus. Das bedeutet, ich habe tatsächlich aus meinem B-Objekt ein A-Objekt gemacht. Und dieses Casten haben wir eigentlich schon 100.000 Mal gemacht, als wir Listen erstellt haben. Listen erstellt aus Typen von der Oberklasse, die aber auch Objekte vom Typ der Unterklasse genommen haben. Das heißt, ihr dürft immer von unten, also von der Unterklasse in die Oberklasse casten, aber nicht von der Oberklasse in die Unterklasse. Stellt euch so vor, ein Hund kann alles, was ein Lebewesen kann, denn es ist ein Lebewesen. Aber ein Lebewesen kann nicht alles, was ein Hund kann, denn Lebewesen sind auch zum Beispiel Vögel. So, das war der erste Teil. Der kam euch wahrscheinlich sehr bekannt vor. Wir haben das nämlich schon mal gemacht. Jetzt wollen wir weitermachen und zwar mit richtigen so Sachen wie Typecasts. Und zwar hat C-Sharp dazu auch noch ein paar wunderschöne Sachen gemacht. Zum Beispiel kann man hier nicht nur sagen, okay, ich schreibe jetzt eine Klammer auf A zu, sondern man kann auch das Schlüsselwort S benutzen. Und da sagen wir einfach A, klein A, ist gleich B, nee, ABC, also der Name von dem Objekt, das wir casten wollen, S. Und dann geben wir hier den Typ an, den wir haben wollen, also A. So, und das wäre jetzt auch ein vernünftiger Typecast, der so funktioniert, wie er soll. Das Tolle daran ist allerdings, ich kann mal kurz hier was versuchen, und zwar Console.WriteLineA. Äh, nicht A, sondern klein A. Und jetzt schauen wir uns mal das Ergebnis an. Hier sehen wir ConsoleApplication5.B. ConsoleApplication5 ist der Name und B ist der tatsächliche Typ, den es hier hat, nämlich die Klasse B. Ähm, was jetzt aber passiert, wenn ich das andersrum mache, ich erstelle hier ein A und ich möchte das Ganze als B downcasten, das, was uns den Fehler gegeben hat, und wir schauen uns dann erstmal die Variable an, dann sehen wir, wir haben hier nichts ausgegeben, das heißt, ich kann einfach folgendes tun, ich kann auf Null überprüfen, es wird einfach Null zurückgegeben, hier, True. Wenn ich irgendwelche illegalen Downcasts mache, dann kann ich das überprüfen, indem ich einfach hier das mit dem Ass mache, und dann die Variable überprüfe, ob sie Null ist, und wenn sie ungleich Null ist, dann fahre ich fort, und wenn sie Null ist, dann war es halt ein illegaler Cast. Mein Gott, kein Vorkommen. Wundervoll, ähm, führt wirklich zur Typsicherheit, zumindest zum Großteil, und ihr könnt es einfach mit so einer stinknormalen IFAB-Frage überprüfen, und es ist alles immer noch gut. Gut, das Tolle ist, dass es echt extrem schnell ist, Entschuldigung, und deswegen kann man das auch echt super benutzen. Also einfach mit Ass probieren, dass ihr den Typ rauskriegt. So, und das Witzige ist, ich kann jetzt auch Sachen machen, die nicht unbedingt einen Typ haben. Jetzt haben wir gedacht, C-Sharp hat immer eindeutig zugewiesene Typen, jetzt gibt es aber auch so Sachen wie VAR. Und VAR sagt einfach, okay, ich habe einen dynamischen Typ, und den weiß ich nicht sicher. Das ist einfach sozusagen die schnelle, unsaubere Art und Weise. Ich sage einfach, okay, das hat jetzt irgendein Typ, such ihn dir gefälligst selber raus. Zum Beispiel VAR ABC ist gleich Result von irgendeiner komplizierten Funktion, wo wir nicht genau wissen, was es uns zurückgibt, eventuell Unterklassen, eventuell Oberklassen, sagen wir einfach VAR dazu, es wird schon passen, und arbeiten dann einfach mit diesem VAR. Und dieses VAR ABC gibt uns trotzdem im Compiler, wenn ich hier drauf drücke, die richtigen Möglichkeiten zur Auswahl, weil VAR schon direkt bestimmt ist, was hat es denn vermutlich für einen Typ. Und das ist ziemlich cool, ich wollte euch nur zeigen, wie dieses VAR so funktioniert. Das heißt, ich kann hier auch einfach sagen, abc.print, logischerweise kann ich das hier jetzt nicht mehr machen, weil ich die Zeile gelöscht habe. Aber ja, VAR wollte ich auch unbedingt noch loswerden, in dem Tutorial. Genauso wie zwei andere Sachen, nämlich IS und TYPE OF. Und dazu folgendes, wir haben jetzt hier ein A erstellt, und wir wissen nicht sicher, was hat das jetzt für einen Typ. Dieses VAR hier, das stört uns so ein bisschen, weil wir nicht genau wissen, was es eventuell ist. Dazu können wir jetzt folgendes machen, wir sagen, ABC ist A. So, was das jetzt bedeutet, ist, wir gucken einfach mal, TRUE. Das bedeutet, ABC ist vom Typ A. Jetzt aber auch noch was, und zwar, ich kann hier auch einfach ein B hinschreiben, und wenn ich das jetzt wieder ausführe, kommt auch wieder TRUE zurück. Denn es bedeutet, ABC ist immer noch ein Typ von A, nämlich ein Untertyp, also ein gesubtypeter Typ davon. Das heißt, IS gibt uns an, ob es in der Vererbungsbeziehung irgendwo über diesem Teil ein A gibt. Wenn ich wirklich den exakten Typ haben möchte, dann benutze ich Punkt GETTYPE. Die findet ihr auf jedem Objekt, diese Methode, und GETTYPE überprüfe ich mit ISGLEICH, ISGLEICH, TYPEOFF, und dann einfach diese Klasse, die ich überprüfen möchte. Also wenn ich jetzt hier A eingebe, dann sehen wir FALSE. Wenn ich hier ein B eingebe, wir sehen hier, ich habe ein B erstellt, B, dann kommt TRUE zurück. So könnt ihr herausfinden, was jetzt tatsächlich der Typ von eurem B ist. Gut, zu TYPEOFF noch was. TYPEOFF ist wirklich furchtbar schlechter Stil, also benutzt es nur, wenn es unbedingt nötig ist. Dieses AS ist deutlich besser und im Notfall benutzt halt ein IS. IS stellt euch auch alle Funktionen zur Verfügung. Das heißt, wenn wir hier jetzt ein B haben, können wir auch jede A-Funktion ausführen. Das kennt ihr ja alles schon. Das heißt, das reicht auch völlig aus. Okay, ja, dann war es das auch schon wieder für heute und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.